sie könnte objektiv der aber die er er älteste nicht noch mal mit dem bereich r ihr zweiuel b auch mal bereit ich bin doch verstehe die das ist die 4 LB 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 Leon Buck ist hier führen den Rest ist ein Satz für endlich nicht und was ist das ist in dem Spiel mehr jetzt ich glaube kleine Kinder gehen wir spielen jetzt gegen die sein Team und und wir haben wir haben die haben welche diesen extrem gut aber die haben auch welche sind die sind einfach nur Level 3 oder so. Das ist schön, das ist sehr schön. Ich hab nur ganz kurz eine ganz kleine Sache, beziehungsweise eine Regel, die wir alle ein bisschen einhalten müssen. Flamen geht gar nicht. Also doch, Flame geht, äh, Opfer. Aber halt nicht von wegen, ah, die sollen holen so und ich fick seine Mutter tot oder was, überhaupt. Ihr könnt so was sagen, so wie, ich kann's mich mal am Hosenboden necken. Ja, genau. Okay, also was alt-deutsch ist. Flamen ist erlaubt, aber so übertrieben Flame baue ich nicht. Oder einfach Mikro ausmachen oder so, genau. So, du alt-deutsch. Oder wie ich immer schon mein Headset durch die Gegend werfen. Ja, das ist so lange. Beste Lösung. Ey, das kann ich mir nicht erlauben, mein Headset war teurer als meine Grafikkarte. Ja, hallo. Und das Headset war nur 70 Euro teuer. Das fang irgendwie so meine Grafikkarte aus. Äh, schlechter als Leons kann so nicht sein. Ja, hallo. Ich mein, solange Erdiboy nicht runterkommt und nicht rumschritt, wenn er verliert, das ist mir egal. Ja. Das muss man, äh, vor allem, äh, am Anfang und am Ende reinschneiden. Ja, ne. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Äh, das will ich sehen. Doppeldeck. Will ich noch bereit? Kannst nicht losgehen? Ne, der einer von Gegner ziehen, oder? Ne, Ali Boy ist noch nicht bereit. Ne, Ali Boy ist noch nicht bereit. Da weiß nicht, wie das geht. Alter, vier drücken. Ja. So, wo kann ich denn jetzt meine Ketten ausfahren? Ketten? Ketten. Ketten. Mit einer Menge... Ich fand das Flugpanzer dabei, oder? Die Kommunisten haben sowas. So ein Mauspanzer hat 200 Tonnen in der Luft. Nein, ich hab hier einen Jäger. Okay, ich nehm schweren Jäger, und klar. Ich versuchte dir jetzt so, ja. Ich versuchte dir jetzt so, ja. Wir packen das, wir packen das, wir packen das so. Ich, ich tor. Ich auch. Ne Doh. Ich will keine Spezies. Mein Rechner läht noch. Ich fang klein an. Nicht vergessen, zusammenbleiben. Mit Schöne Leute, ich bleib bei euch, keine Angst. Ich versuch mal ein bisschen mehr zu fliegen. Execute, wie heißt du eigentlich? Wir müssen mal alle in der Gruppe fliegen. Execute. Meine ganze Gruppe. Einfach ex zu sagen. Also genau so. Ja schon, aber ich meine jetzt, ähm... Hey Leute, im Spiel. Hey, what the fuck? Im Spiel heißt er, der will irgendwas. Aha. Devil Bonus da oder so, mit dem Düsen-Dings da unten. Also man kann die Landebahn ja kaum sehen, ja. Was ist denn das für ne Steuerung? Ich weiß nur aus der Erfahrung, wo... Oh, da kommt so. Hey, Nubster, wir fliegen mal im Squad mit bei der P400, würde ich sagen, oder? Oh, ne Spaß. Ich hab irgendwie im besten Problem. Oh, mir von der Zinn zerstörer. Mit der flieg ich mal. Okay, wir suchen Block 38. Achtung, hier werden wir das einmal gezogen. Wollen wir steigen oder wollen wir in die Rechte? So, da ist der Block. So, da ist der Block. Äh, steigen wir ganz alleine. Ich glaube, wir sollten weiter nach oben. Ein I-16. Immer her, dann. Ich sehe die I-16. Ich sehe die I-16. Ich sehe die Landebahn nicht. Ich sehe die Landebahn nicht. Da kommt schon drei von A28. A51. Ein Doppeldeck. Mach mal taktische Ding raus. Ich weiß, ich kann nicht ganz klar, die wollen ja wirklich Kaninat zu machen. Du musst ja an oder was? Du musst ja an oder was? Du musst ja an oder was? Nein, das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Du musst ja an oder was? Du musst ja gar nicht rein. Ich hab nicht mehr rein. Laufmann oder King Cobra und beide Flügel sind ab so muss das wir haben an der Luft in Italiener mein Flügel weg das war so sehr meine Flügel sind auch wenn es doch wollen wir eigentlich gerade ich weiß es gar nicht das war noch die Schöpfung erheben wir gehen wir ja kommen wir die holen die jetzt wieder zu müssen zurückgehen weil sie schon fast kaputt sind das war es immer ein ich bin der Gründer ich bin bei den Kamikaze Delta dieser Reihe ich bin die Baum geflogen und die King Cobra ist jetzt aber auch nicht Echse oh mein Gott die King Cobra hat einen 37 Millimeter ja ich weiß ja schon mal die Flügel dann macht dann Instacill ja ich komme durch die Steuerung nicht klar ich bin mal die gegnerischen Wunanheiten weg ey du bist der Kodos ja nein das wäre nicht geflogen 2 Sekunden höchstens einer von uns wo es ja auch noch nicht irgendwas gegen mich geflogen wie sie aus Leute wie sie aus also er hat er geschreit Corbus ich geb' dir Deckung hinter dir so gut schön 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 ja Scorbus Tocke ich hab den hinter dir weggeschossen ey Leute man braucht Hilfe Leute wenn keiner cap'n was dem Bauer der Fight nicht macht ich schützt ab wir haben für den P47 ja das ist da geschehen nee ja das ist weg ja das ist weg das ist weg ich geh auf die H.E. 112 da unten die P4 oh jetzt wieder mit 90 Grad nach oben direkt Alter was ist das für ne Steuerung das ist doch warum schaffst du dich eigentlich so dämlich an normalerweise bist du ja du weißt doch wie ich spiel aber die naja natürlich aber die Steuerung jetzt sagen wir einfach mal holt mal Ralf der Grausam dein Arsch warte ich bin angewinnen das ist sehr geil Deck 3 mach die Deck 3 kalt Junge Alter wie ich die ganze Zeit annehmen nein 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 hoch hoch ey deswegen bin ich ein Bombo im Moment die Deck 3 sagt er äh ähm braucht jemand Hilfe? ja äh die DOO 217 da ja da hat man einen abgeschossen ja genau DOO 217 ich geht raus aber war meine die hat 4 12 mm und 4 4 20 Kilometer da kommt gerade eine neue ja Q110 bei uns allen da in der Nähe die H.E. 51 ich gebe euch einen Tipp ich gebe euch einen Tipp ähm probiert ähm Zweikämpfe mit ähm schweren Lägern zu vermeiden also jetzt so ähm ja weil ich hab den Doppeldecker weggebombt ich weiß nicht warum aber mein Motor und von uns hat er dann habe ich dann habe ich drei mal getruntert sehen ja es ist möglich aber du musst dafür auch nur das Kaliber haben oder nein das ist sehr sehr gut äh die hat mich abgeschossen ähm ich gehe die Abre holen mit dem Bombo mit dem Blutbild in Bambu einer muss landen nein einer muss landen wir haben jetzt voll safe zone ja ich lande mit meinem Mädchen ich muss ihn eher reparieren ja oh Gott ich hab da okay zwar gar nicht mehr schon erzählen nein die Kamekater Delta aber auch als er sagt man den Haubischen Haubes kommt kommt auf der Falle ich will das was gerammt und das war den Kohlener die Kolb Kolb der hat er schon erwähnt der Schwerpunkt der Wende an auch ja auch verkauf vor Ort wer auch immer das hier ist er mit drei den trifft gar nicht da vorne sind mit drei Leute haben einen denn der Ding Prozent der Karte hat er solltet werden Prozent der Karte ich habe er mit der Doppel Körbeter Treffer, der brennt. Treffer! Hake den habe ich dir nicht. Ah, Scheiße! W-150er So, Kölbe, ich komme zu sein. Nein, der hat mich gerammt! Hilfe! Du hast mich gerammt, du vorgegriffen! Hake Leute, Hilfe, 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 Hilfe! Okay, egal. Jäger schießt auf mich! W-110, der Brot, der gräbt, der Brot. Der gräbt, der Brot. Ist die JAK 9T nochmal gut bewaffnet oder schlecht? Die JAK 9T ist sehr gut. Ich brauche Hilfe. Wer landet? Wer landet? Wer betroffen? Die wollen noch einen Flugplatz landen? Die sind gelandet. Die sind gelandet. Sie können sich abschminken. Ich spiel den Punkt schon. Da oben ist sie der Kamikaze-Delta wieder. Ich brauche Hilfe, ich bin auf Brot. Ich komme euch allen entgegen. Eine B-25 kommt. Oh ne, oh ne. Alter, der ist so gut. Der macht, der hat nur verdammt. Die B-25. Ich nehme direkt einen Kurs auf die B-25. Wir haben mich um die Doh. Oh Leute, hinter mir ist einer. Ah scheiße, ein Flügelsabrot. Ui, kann ich drehen? Das passt immer. Aber ich kann mit den deutschen Boden arbeiten. Was los? Wer ist gelandet? Ich gebe dir Deckung. Du kannst das vergessen. Der brennt schon natürlich. Nein, der hat Racketen auf dich abgeschossen und hat sich selber nicht aufgespult. So muss das. Der ist auch schlau. Ich habe die B-25 getraut. Alter, ich habe 100 kmh nur noch. Okay, ich falle. Ich falle. Okay, gut. Scheiße, wir müssen irgendwie landen. Wir müssen irgendwie landen. Sobald eine Welle, ihr müsst wirklich... Ju 87. Ja, mein Fahrwerk ist um Arsch. Ich kann nicht mehr landen. Jutik lande? Ja, die kann man landen. Gebt dem Landenden einfach eine Entdeckung. So, komm. So, mir aus Granti weg. Ich gelandet, meine ich. Ich wäre gelandet eigentlich schon. Ein 30mm-Kanon ist am Arsch. Ah, mein Fahrwerk ist ziemlich wenig Punkte. Fass! Ich wurde währenddessen abgeschossen. Mir hängt eine B-25-9 am Arsch. Hilfe. Ich helfe. Ich bin nicht mehr am Ricks. Oh, Mann. Gelandet. Leute, es sind doch irgendwo Fahrzeuge. Ich kann nicht cappen. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Äh, wie soll das denn da machen? Landen, landen, landen. Wo muss ich denn hier? Leute, es sind doch irgendwo Fahrzeuge. Ich kann nicht cappen uns, ne? Ach, hier muss ich landen.